Servus und willkommen zurück zu Deadly Shadows. Im letzten Part haben wir uns das Auge geholt und können hier endlich mal wieder raus aus diesem Museum, das so als einbruchssicher angepriesen worden ist. Wir haben alles, wir müssen wieder raus hier. Oder? Innenhof was? Blablabla. Im Eingangshof. Das heißt, das sollte hier irgendwo sein. So, wir brechen mal die Seite auf, hoffen, dass da keiner steht. Und dann werden wir uns noch ein bisschen mit Feuer pfeilen und so Sachen eintüteln, wenn das überhaupt noch möglich ist. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Ah, möchten sie die Mission wirklich beenden, ja. Ich sehe schon die Schlagzeilen von morgen vor mir. In einem Museum alles andere als einbruchssicher. Die plünderte Wildstrom. Offenbar war Jamal nicht dort. Ich wüsste nur zu gern, was sie die ganze Nacht getrieben hat. Na, jetzt aber sch... Achso. Na, jedenfalls habe ich alle fünf Artefakte. Jetzt aber schnell. Atomos wartet auf den Stone Market Plaza auf uns. Es wird Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh, ja. Das wird es wohl. Die Wahrheit ans Licht bringen. Hauttöten, ötöten, ötöten. Blablabla. Haut glänzt. Objekte hoch. Über den Straßen klettern. Ja, Spezialausrüstung. Die haben wir. Haben wir doch alles. So, jetzt sind wir wieder hier. Ist da schon wieder was drin? Da war doch nur so ein Zettel drin, oder? Wollen wir mal nachgucken. Ich bin eh immer so vergesslich mit den ganzen Sachen hier. Geh auf. Los. Oh, nee, doch nicht. Cool. Was wir mitnehmen können, brauchen wir nicht kaufen. Meine Devise. Mein Motto. Oh, da ist aber was. Beute. Dieser Dreckskäfer. Möchte ich auch noch töten. Stirb. Baboom. So, im Stone Market Plaza wartet die schon wieder. Der, die oder was auch immer. Hoch da. Artimus. Was machst du hier? Ich habe alles herausgefunden, Gerrit. Die Artifacts. Gib sie mir. Ich zeige dir alle Antworten. Was bedeutet, dass du sie dir? Du hast Orland gefunden? Was ist mit dir? Artimus. Und Gerrit. Ich bin froh, dass ich mit dir geliebt habe. Ich war... Du hast recht, Artimus. Ich habe verloren. Ich habe meine Balance. Du hast mich gehalten, mich gehalten, auch nachdem du hast. Du hast es geliebt. Es waren die Glyphs. Der Drecks war zu uns sehr stark. Wir haben sie wieder gehalten. Wir haben sie als Keeper der Stadt. Aber jetzt, was wir halten? Wir halten? Eine Helle von Karte. Eine Buchung von blanken Pagnen. Du sprachst nonsensisch, Orland. Nein, nein, du hast recht. Ich habe mich nicht zu sehen. Die Klocktower. Ich dachte, es war mir zu. Aber es war uns alle. Endlich, ich verstehe, warum die Glyph prophecies die Glyph nicht mehr sehen können in der Zukunft. Zurück zur Bibliothek, Orland. Jetzt ist nicht die Zeit. Die Glyphs haben wir unseren Keepern. Wir können sie nicht mehr nutzen, um unsere Interessen zu beschützen. Wir müssen Gerrit sagen, Gerrit die Wahrheit. Gerrit, was wir gesagt haben. Du musst die Artifacts nutzen. Das ist wahr. Aber du musst nicht den Finale Glyph. Nein, du musst... Ja, ja. Ich denke, aber noch ein Schritt nach. Ihr Keeper, Optimus. Das ist es, dass er seine Artifacts von dir ist. Ihr Leben. Mein. Mein jetzt. Und dein... Nein! Ich bin ein will. Ich bin nicht? Ich binителей. Ein Kiefer, ich muss nach sich über dich schlafen. Das muss ich nicht auf Flöten gehen. Ein Kieser. Mein Kiefer, ich werde... Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte! Ich werde immer noch leben! Legen Sie das Herz auf das... Ah, da, Brands auf den... Old Dahle. Stellen Sie ein Kehrer auf das Gitter. Lismus-Denkmal im Friedhof der Altstadt bei Forte Eisenholz. Legen Sie die Tatze auf den Denkstein bei der ersten Landung bei den Docks. Legen Sie die Krone in den Lagerbereich am Fuß des Glockenturms in Stone Market. Okay. Haben wir hier irgendwas? Old Dahle Plaza. Ja, haben wir sogar. Okay. Speichern wir mal kurz, weil ich wahrscheinlich irgendwo sterben werde. Ich hoffe, dass da nur die Viecher sind und nicht irgendwie was anderes. Also die Hexe. Gehen Sie den Geräusch! Gehen Sie den Geräusch! Gehen Sie ihn! Gehen Sie ihn! Gehen Sie ihn! Kommt er zu mir? Ich hoffe es mal nicht. Ich muss nämlich an dem vorbei. Ich muss nämlich dahinter. Wo ist der hin? Ich weiß es gerade. Ah, da ist sie. Okay, die rennt hier doch rum. Okay. Das heißt, wir dürfen uns nicht von der erwischen lassen, schätze ich mal. Oder sehen lassen. Boah, ich dachte, die Kiste wäre so. Boah. Oh man, oh man. Das heißt, wir müssen zu dem Museum. Aber so viel scheinen da gar nicht von denen rum zu rennen. Das geht eigentlich. Und da noch welche von denen rum? Oder was ist das? Ich höre Geräusche, aber ich kann sie nicht einordnen. Da vorne rennt zumindest mal einer rum. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich bin beim Park, muss aber zum Platz. Geil. Das heißt, ich dürfte hier außen rum rennen. Okay. Ich würde auch ein bisschen komisch finden, wenn ich da jetzt... Die... Ach, egal. Ich... Sag schon gar nichts mehr. Einfach mal verkaufen hier. Ach, hier war... Oh man, warum ist hier kein Händler? Das regt mich so auf. Echt dann. Hm. Okay. Hallo. Götter. Okay. Nur aufpassen, dass ich die Tusse nicht treffe. Das hoffe ich mal wirklich. Ich habe keine Lust auf die Hexe. Äh, ich bin Haltrank. Äh, ich will Haltränke kaufen. Ist er tot? Ja. Okay. Das geht easy. Ja. Wo streift die eigentlich rum? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich überhaupt nichts schaffe. Okay. Da haben wir schon mal das erste drin. Ah, wer könnte.. Oh, du trommst mich nicht mehr. Nummer eins noch vier. Warum vier? Hm. Keinen Schimmer. Na toll. Kann der da nicht auch noch hinrennen? Schmisch dir wieder raus. Ja, genau so. Geräusch, Rattenwind. Ist mir wurscht, ich geh weiter. Boah, die wird mich wahrscheinlich wieder verfolgen. Und dann ist sie wieder in jedem Viertel, in jedem Viertel. Und ich darf dann gucken, wie ich vorbeikomme. Naja, ich möchte jetzt auf jeden Fall noch irgendwo einen Heeler finden. Dass ich wenigstens, ähm, ich sag schon, noch ein paar Wasserpfeile kaufen kann. Ist hier einer? Hier ist auf jeden Fall ein Heeler. Ja, und da sind die Steinfiecher wieder. Äh. Du bist da, da bist du? Nicht zufrieden, wir werden dich bald verfolgen. Okay. Ich konnte mich nicht mehr überraschen, als du in den kamst. Die leute Stimme über die Dior, die in so einem Marki-Sachimarki-Sachimarki. Ich bin über dich überrascht. Ach, wir kaufen uns noch einen Lärmpfeil. Ich glaub, die werden jetzt ziemlich nützlich werden. Mit den ganzen Steinviechern. Und ich sollte meine Stimme ein bisschen heben. Das ist ja unerhört hier so. Äh, ja. Äh, wo haben wir noch was? Okay, ich denke mal Altstadt bei Fort Eisenholz. Wir sind doch in der Altstadt, oder? Richtig. Da sind wir noch Ordale. Das heißt, wir müssen hier entlang, dann hier. Okay. Na geil, da stehen natürlich zwei. So. Haben wir den Schritt geschafft? Oh, ne. Ich pechab, zieht er mich? Das wäre gar nicht mal so gut. Okay, seit wann kann ich da rein? Ich will da reinmachen. Ich bin dich gar nicht um. Hey, cool. War ich hier schon mal drin? Ich weiß gar nicht. War ich hier schon mal drin? Ach, egal. Äh, äh. Ich will. Nein. Das wollte ich gar nicht. Aber ich war hier echt, glaube ich, noch gar nicht drin. Interessant. Äh, ja. Wer ist das? Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Zauberer. Ich weiß noch nicht, ob freutlich oder... Feindlich. Oder? Weiß es nicht. Sieht so aus, ja. Fort Eisenholz. Hier auf jeden Fall. Wo haben sie gemeint? Auf dem Friedhof. Ich glaube nicht, ich kann mich verstecken. Ich verstecke mich gerade. Ich glaube nicht, ich kann mich verstecken. Ich verstecke mich gerade. Okay, 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 cool, cool, cool. Das heißt, wir sind schon mal hier drin. Das heißt, wir können auch gleich mal dieses, ähm, mit den Zombies abschnetzeln machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu dem Zeitpunkt überhaupt noch was bringt. Aber wir können es ja einfach mal probieren. Wir kommen eh nicht so schnell voran. Ich werde jetzt noch dahinter rennen und dann muss ich eh den Park beenden. Sie haben sie kreiert. Ihr Quasi-Berat. Sie haben sie kreiert. Sie haben sie nicht gemacht. Sie haben sie nicht gemacht. Sie haben sie uns alle verletzt. Ich denke, das ist das, was sie glauben müssen. Und ich denke, sie sind richtig. Sie haben sie kreiert. Und, äh, ja, vielen Dank fürs Zukommen. Gut zum nächsten Mal. Ciao, ciao.